Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm. Wir spielen Muradin. Ihr werdet sehen, dass ich mit Muradin schon Level 2 habe. Und auch schon ungefähr weiß, Kick kommt mir bekannt vor. Das war glaube ich gerade auf der Gegenseite der Murky. Dass ich auch schon so ein bisschen, wenigstens in meinem Maße weiß, was ich tue. Weil ich den eben schon mal gespielt habe für euch. Aber dann habe ich kurz die Aufnahmen mal angeguckt. Ich klicke da immer einmal kurz rein, um zu gucken, wie die geworden ist. Und mein Mikro war irgendwie kaputt. Also ich war furchtbar leise. Ich war viel leiser als das Spiel. Ich habe sonst nichts geändert und nichts. Und habe geguckt und ging nicht. Also irgendwie war das und klang auch so dumpf. Und ja, aber nichts, was ein Rechnerneustart nicht beheben würde. Und jetzt scheint es wieder gut zu sein. Aber gut, ich hau mal hier gut meinen Dings. Ach, jetzt bin ich ja... Oh, die... Oh. Mist. Wie komme ich denn gerade auf den Trichter, dass ich irgendwie ein Rangeler wäre? Wie schlecht war denn das, bitte? Was war dit jetzt? Dann richte ich meine Kanonen vielleicht auf eure Feinde, anstatt noch voll. Ich seh mal zu, dass ich Land gewinne. Mit vier Dublonen sterben gehen ist nicht so der coolste Trick. Muradin hin oder her, aber es gibt Sachen, die müssen einfach nicht sein, ne? Und ja, ich habe eben in dem Game, was ich euch ja jetzt nicht zeige, schon festgestellt, dass der Muradin, der mich ja nicht so gereizt hatte, ganz schön geil ist. Äh, was hat denn das für eine Range, bitte? Ich dachte, ich reite an dem Ding vorbei. Zack, ja. Er hat halt den Hammer zum Werfen, der Stunt, kann um sich rum Donnerschlag machen, der slowt und Damage macht und kann noch Leute anspringen. Was auch Damage macht. Oder auch Leute nicht anspringen. Er kann wüst hinspringen, wo er möchte. Also, wo er möchte halt, ne? Ein bisschen Range hat das schon nur. Zack. Und ich habe eben geskillt, als am Anfang, dass man... Oh, die Heilung durch langer Atem. Jeder Dritte betäubt. Nö, wir nehmen mal mehr Heilung. Ähm, da haben wir schon das erste Kanonenfeuer. Was wollte ich sagen? Ach ja, langer Atem ist übrigens seine passive. Die macht, wenn er vier Sekunden kein Damage bekommen hat, geht sein Reck unheimlich hoch. Und wenn er unter... Unter 40% Live, dadurch, dass wir es geskillt haben, äh, ist, dann reckt das nochmal wie die Pottsau. Also bis 40% Live reckt man super schnell, wenn man kein Damage kriegt. Und danach geht's auch noch schneller, als bei anderen. Walla, bist du so lieb? Machst du mit, Walla? Kommst du, Walla? Nö, kommt keiner. Alleine schaffe ich die noch nicht. Das kann ich euch gleich verpetzen. Dann geben wir erstmal meine drei Dublonen schon mal ab. Bin wieder gekonnt in eine Abatomine reinmarschiert. Und bin hier weg, bevor die scharf ist. Also, beziehungsweise abgegeben habe ich. Weg bin ich noch nicht, aber... So, ETC, machst du mit? Achso, ETC hat auch noch vier Münzen. Oh, Tassada benötigt Hilfe. Dann gehen wir nochmal Tassada helfen. Oder vielleicht erstmal Zagara. Oh, Penner! Mann, oh! So, dann geh jetzt mal. Ich kann hier mit dem Getümmel wieder ein Talent verteilen. Natürlich klassisch. Bleib mal da, Lichtkönig. So, was haben wir denn? Sturmschlag trifft bis zu zwei Ziele. Oh ja, das machen wir. Kackegal, was das andere ist. Ich glaube, das war, dass der Sprung mehr Reichweite hat. Kann das sein? Ja. Habe ich noch Dublonen? Nö. Wala, push da. Völlig unbehelligt da unten. Gehen wir nochmal. Hallo, Nova. Oh, hallo, alle drei, ey. Ach nee, sind nur zwei. Nova, Dicoy. Ha, und die unsichtbare Nova erwischt. Oh, da noch. Oh, 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 oh. Da habe ich den Teig jetzt zu spät gesehen. Und da hätte ich den Sprung defensiver nutzen sollen. Lehen. Hui, dankeschön. Sehr nett. Sehr nett, dass sie da abgelassen haben. Was denn nun? Entschweidet euch. Hör auf, Tykes. Hätte der mir ja fast unseren Tasser da getötet. So, hier mit den Münzen, Mann. Oh, fünf Münzen? Dann haben wir das. Dann haben wir direkt die nächste Schießrunde. Zack, die Zack, habe ich gehört. Diese Küstenschiffer zu den Heilen. Alles in Schutt und Asche. Arty geht an die Kiste. So, habe ich ihm nur drei Münzen geklaut aus der Kiste. Nice. Dann springen wir hier mal den Minions an. Stunnen den Arty nochmal. Oh, jetzt habe ich natürlich, weil ich jetzt Level 2 bin, kann ich den Kinnhaken machen. Aber eigentlich finde ich den Avatar ziemlich cool. Ne, wir gucken uns mal den Kinnhaken an. Da habe ich mal Lust drauf. Oh, hat eine sehr kleine Range. Aber ist ja auch ein Melee. So, den Dicken kann ich natürlich nicht stunnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein B kommt nicht immer raus, wenn ich B drücke. Achso. Ja, schade, ETC. Schön die ultige Waste gegen den Dicken, der immun dagegen ist. So, haben wir den Dicken, der hatte nochmal Münzen dabei. Schön. Hier scheint irgendwer Rotes zu sein. Oh, der ist wieder weg. Jo, wie kommt das da? Oh, das ist ja ein gutes Söldnerlager sogar. Irgendwann werde ich mir das vielleicht mal merken, wo welche Söldner stehen. Ich weiß jedes Mal nicht aus dem Kopf. Also, wenn man guckt und sieht schwer und klar, ist natürlich klar. Aber ich weiß jedes Mal wieder nicht aus dem Kopf. Gerade bei der Map. Sind das jetzt Ritter oder sind das einfach nur... ... äh, Riesen? Wir sollten dieses Söldnerlager angreifen. Zagara triggert schon mal die Minen für mich? Wieder sieben Münzen weg. Wo kamen die denn jetzt her? So, Leute, ich fange hier schon mal an. Ihr kommt ja bestimmt gleich. Zack. Hammer, volles Pund in die... Oh, jetzt hat die den da weggezogen. Wie soll ich denn so Mana recken? Man reckt ja für einen Treffer mit dem Hammer. 45 Mana, er kostet 60. Das heißt, ich muss schon mit beiden treffen, um Mana Plus zu machen. Oh, das sieht doch bisher verhältnismäßig gut aus für uns. ETC macht nochmal ein bisschen Münzen. Jo. Guck mal, jetzt kommen wir hier mit zweimal... ... und zwei Mal Söldnern, help ETC turn. Okay. Ach so, turn in. Ja. Mach ich mal. Unsere Söldner werden ja schon fertig. Oh, zeig mal her. So. Schön mal eine Ulti auf Arthas gewastet. Oh nice, oh nice. Wie viele Münzen hatte der denn? Sweet. So, Donnerschlag heilt mich oder brennender Zorn? Wir nehmen mal Donnerschlag als Heilung. Dann gehen wir mal oben däffen. Das sind ja Dinge. Oh, dann gehen wir erstmal Münzen holen. Hat der Skill was gemacht auf die Truhe? Keine Ahnung. Oh, ist auch egal. Ich sollte die mal sammeln. Wenn hier einer kommt und mir die klaut, ist doof. Oh, sieht aber schon wieder sehr, sehr gut aus für uns. Was? Wir haben auch schon wieder fünf Münzen in der Tasche für die nächste Runde. Voll gut. Voll gut. Need one more? Achso. Bromst! Was sind denn hier? Hier waren doch eben noch Söldner. Sind die jetzt von alleine tot? Feuer! Sonst packe ich deinen Schädel ins Kanonenrohr. Nun denn? Bringt mir eure Zukunft. So, beide getroffen. Mana gerecht. Schau mal, wie der sieben Dublon in der Tasche. Das geht ja schnell hier diesmal. Der Muradin ist echt sweet. Habe ich das schon mal erwähnt? So, da chase ich jetzt nicht. Ich gebe einfach ab. Ach, guck mal. Tazada hat elf. Wie krank. Dann mal los. Gewirr diesen Helden einen Ragen tot. Oh ja. Das werde ich. Wir sind dran, Jungs. Haha. Jetzt kommt Leben in diese Bude. Daneben. Gibt's ja nicht. Boom. Das hat sicher wehgetan. Zeig diesen heutigen Landwärten wie Piraten kämpfen. Ja, ja. Muradin ist cool. Obwohl ich sagen muss, ich finde, glaube ich, den Avatar doch besser als den Kinnhaken. Zack. So, was haben wir hier? Oh, erhöht die Reichweite. Und betäubt. Hm. Hm. Wir nehmen mal Reichweite. Beim letzten Mal hatte ich betäubt gemacht, aber... Ähnlich gesagt, ist mir das ja alles nicht gefährlich genug, um die Leute betäubt zu müssen. So. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Oh, wir gehen gut ab, ey. Schön, schön. Und ihr seht, er reckt sich hier gemütlich eins. Dann mal los. Lalalala. Muss man gar nicht nach Hause porten. Wie das Leben hochgeht, ist so nice. Es ist so nice. Zack. Mana kriege ich auch noch ein bisschen wieder. Hoho. Ah, das ist auch nett. Sowas finde ich dann auch gut, wenn man, äh... Der Tassa da jetzt schreibt hier, pass mal auf. Wenn ich euch ein Schild gebe, könnt ihr damit auch gut abhauen, weil die schneller lauft. Das ist immer mal ganz nützlich zu wissen. Könnte ich auch mal mehr machen. Aber ich bin immer so... Ich bin immer so ein bisschen kommunikationsfoul im Chat. Das ist schon besser. Das ist aber meine... Ich hab auch ein großes Problem damit, mich kurz zu fassen. Ne? Ich kann auch nicht sagen... Schildspeed. Ich sag dann... Wenn ich euch schildere... Bitte wissen Sie, dass es auch... Und denke... Ja, aber wie soll man es denn kürzer schreiben? Und dabei... Das hat er da schildert, du... You run fast. Würde reichen. Oh, ich hab ja vier Münzen. Wollt ihr denn die schon wieder her? Mann, Mann, Mann. Zack. Einfach von Anfang bis Ende Dominanz hier auf der Map. Die anderen haben noch nicht einmal Münz... Äh, ja. Noch nicht einmal... Schießerienchen gehabt. Warum sind hier noch... Hä? Komisch. Ja, da werden die Gegner sein gerade, oder? Ja, ich geh mal hier erstmal noch ein paar Ritter vertrimmen. Und dann auf der Top-Lane pushen die immer heimlich mit irgendwelchen Söldnern, die Gegner. Ah, siehste, da haben sie den. Das dachte ich mir nämlich... Das dachte ich mir, dass die da sind. Ich glaube, sie haben genug. Dann gibt's eins mit dem Hammer. Mit der groben Kelle. Ey, Digga, Digga, warte mal. Ey, Digga, Digga. Digga, Digga, was geht da ab? Digga, Digga, was geht da ab? Zack. Angehüpft. Von hinten besprungen. Nicht, dass ich nekrophil wäre, oder so. Rums die Bums. Huch, jetzt wäre ich fast falsch rum zum Söldnerlager. Und zack. Und das gefällt mir aber auch gut. Also wie gesagt, ich hatte das ja eben, das ist Stunt. Stunt da 0,75 Sekunden. Also nicht mal eine Sekunde, aber schon nützlich und nett. Um die Leute ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, ein bisschen abzuhalten. Ähm, aber mit der erhöhten Range und der erhöhten... Dingensmoments, das andere da. Ähm. Wirkungsbereich. Joa. 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 Würde ich mal Joa sagen. Oh, ich brauch mal Mana. Zack. Nice, nice, nice. Joa, Mana-Probleme haben wir mit dem auch keine. Gefällt mir auch gut. Irgendwie ist der nice. Oh, 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 oh. Dup, 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 dup. Aber ich muss auch sagen, er sieht ja auch cool aus. Also, ich bin sowieso ja eigentlich... Oh, 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 oh. Ich hau mal ab. Ich bin sowieso auch... Äh, eigentlich mochte ich in sämtlichen... Immer und überall Zwerge auch schon immer ganz gern. Außer in W.O.W. Ja, ja, ja. Ja. Das dürfte nicht, äh... Also, die fand ich da irgendwie hässlich und nicht schön. Ne? Und wenn ich mir ihn jetzt angucke, er sieht wieder aus wie ein cooler, grimmiger Zwerg. Und ich glaube auch, ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, hab mich da eine Weile nicht mit beschäftigt, wenn jetzt bald das Add-on kommt, das W.O.W. Add-on, wo ja alles so überarbeitet wird. Optisch auch. Dass da die Zwerge auch endlich mal cool werden. Da kann ich die auch mal spielen. Also, ich fand die wirklich einfach nicht schön designt. Irgendwie hässlich. Kann ich nicht den Finger drauf legen, warum. Aber haben mich nie angesprochen. Und jetzt... Erstens, Muradin hier. Sehr gut gelungen. Optisch und betens. Ähm... Ja, bin ich gespannt, wie es in W.O.W. sich dann optisch entwickelt. Guard, turn in for a bit. Hä? Ach so. Ja. Ich dachte, er spricht jemanden an. Mit einem Guard. Und denke, hä? Wett, wett, wett. Aber wir sollen einfach den Turn-in-Point bewachen für ein bisschen. Auf geht's! Oh, aber... Ja, die werden da... Oh. Ah, die werden da schon fertig mit. Ich kümmel mich mal hier um die... Um die Reason. More Söllis, more Push, more Win. Man kann immer noch nicht so von Hand. Aber eigentlich... Ja, die Söllis zu haben ist nicht schlecht. Aber ist das jetzt... Ist das jetzt zum Beispiel wert, dass ich jetzt hier fehle? Wenn jetzt da wieder der übelste Clash ausbricht, dann fehle ich. Ne? Oh, die Bösen brauchen nur noch eine Münze, um... Der lebt ja immer noch. Ich hab mich hier schon zu dem anderen rumgedreht. Weil der für mich tot war. Weil er möchte Ritterlager einnehmen. Wir haben es ja verstanden, Mäuschen. Zack, nochmal gestunt. So, etwas überhalbes Leben. Das kann ich nochmal... Kann ich nochmal ein bisschen mal drängen. Lidans schreit wieder über die ganze Map. Ich benötige Unterstützung. Wähl ein Talent! So, Talent. Direkte Wiederbelebung, oder? Ja, direkte Wiederbelebung. Damit zeige ich's der Welt! So, passiert hier gerade irgendwas? Wo sind denn die Bösen alle? So, ich geh mal die Blonen holen, und dann geh ich oben däppen. Dann kommt der Dicke wieder. In 36 Sekunden. Nein. So, hat er bestimmt nicht gesehen, dass er gleich wiederkommt. Das ist schon besser! Oh, stimmt da schon jemand? Nee, war auch niemand. So, ich hau mal ab, und dann hüpfe ich wieder hin. Hihi! Stun ihn! Ja, der ist ja nicht zu stunnen, aber... Der Damage gültet! Gültet! Und da geht er down! Ich sagte, er geht down! Stellt er mich ja als Lügner in der Grab-Golem? Oh, die Bösen schießen schon wieder! Was ist denn hier los? Mann, 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 ich hab drei Münzen. Ich, äh, hab'n Reckgugel. Zack! So, Dings möchte mit Golem pushen. Ja, mach' ich gleich mit. Wohl, vielleicht sollte ich auch gleich erstmal abgeben gehen. Ja, ich geh' mal mit Tessa da pushen. Wir sollten da jetzt hier zwei, drei Leute auftauchen auch. Ist der am Arsch. Und so können wir zu zweit ein bisschen was regeln, vielleicht. Äh! Jetzt hab' ich ja zufällig Sindragosa gefressen. Mann, oh! Hm, da konnte ich jetzt nicht hinspringen. Zack! Den hab' ich auch verpasst. Alles verpasse ich hier. Oh, der Golem ist ja neuer sein. Zack! Schön gestunt. Oh, Ödin. Hau' mal ein bisschen ab. So, dann kann ich jetzt Münzen abgeben gehen. Der Golem ist tot. Wir haben ordentlich was gepusht. Wir sollten diese Söldner-Lager anreifen. Go, I to the Münzen. Ach, guck mal, wir haben schon wieder 13 von 20. Ja, mit meinen Fünfen fehlen dann nur noch zwei wieder. That goes for all's me good. Oh, da oben am Golem liegt noch eine. Haben wir liegen lassen. Wie schlecht. Ja, schaff' die auch zu zweit da. Dann geh' ich nochmal Münze holen. Erstens mal die, die wir da liegen lassen haben. Schön blöd. Zack! Wir sollten diese Söldner-Lager anreifen. So, haben wir das geklärt. Oder auch geklirt. Ach, Jungs! Gebt mir die auf den Sack! So, da ist ein böser Tykes. Ja. Oh, wir schießen wieder. Schön. Manchmal gefällt mir die Zagara-Ulti extrem gut. Oh, ich dachte, ich hätte den jetzt, aber war gar nicht. So, einmal gestunnt. Und da geht er down. Er kommt halt immer gar nicht zum, 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 zum Kinn-Haken. So, einmal stunnt. Und zurückschubsen. Weil die Jungs alle so schnell tot sind und alles. Das reicht. Wir malochen nichts. So. Ach, die haben gar nichts mehr. Der, der Capitano schießt schon auf deren Hauptgebäude. Weil die nichts mehr haben. Das ist doch der Decoy, oder? Ja, war klar. Ich fall noch voll drauf rein und gebe ihm zwei Skills. So, Nova mit elf Münzen in der Tasche. Muss leider das Game beenden. Es tut mir leid, Nova. Nö, schönes Spiel. Macht mir richtig Spaß, der Muradin. Muss ich gestehen. Macht mir richtig Spaß. So, ich stun hier nochmal. Schön. Richtig, richtig schön. Und wo wir gerade bei schön sind. Schön, dass er zugeguckt hat. Halt, ich mach doch noch nicht Schluss. Wir gucken erst noch in die Statistik. Statistik. Null Tode. Ihr Scheißfeder. Gut. Also. Wie gesagt, schön, dass ihr zugeguckt habt. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli, Mischli.